Ich lerne Deutsch. Nummer 15.511 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Rezepte für meine Kuchen finde ich im Internet und in Büchern aus der Bibliothek. Die Rezepte für meine Kuchen finde ich im Internet und in Büchern aus der Bibliothek. Mein Vater hat mal wieder vergessen, mich von der Schule abzuholen. Mein Vater hat mal wieder vergessen, mich von der Schule abzuholen. In der Stille des Geistes finden wir oft die Energie für aktive Veränderungen. In der Stille des Geistes finden wir oft die Energie für aktive Veränderungen. Jetzt musst du schnell handeln. Hättest du dich früher informiert, wüsstest du, dass die Regeländerungen auch dich betreffen. Jetzt musst du schnell handeln. Hättest du dich früher informiert, wüsstest du, dass die Regeländerungen auch dich betreffen. Jetzt musst du schnell handeln. In meinem Schlafzimmer liegt immer meine Lieblingskuscheldecke. Von hier aus habe ich einen schönen Blick ins Tal. Von hier aus habe ich einen schönen Blick ins Tal. Von hier aus habe ich einen schönen Blick ins Tal. Ich sitze gerne im Schatten. Das belastet meine Haut weniger. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.